Hallihallo! Ich und Eule wollen euch jetzt einen kleinen Primark Haul zeigen. Ja, Primark Haul. Ich war Montag in Primark und habe ganze Zeit lang nichts im Korb geahnt, doch dann zum Schluss wegen Skratzefatze und ich habe diesen Korb nur noch hinterher geschliffen, habe sogar meinen Freund angerufen und habe gesagt, Schatz, ich muss mich abholen. Das ist viel zu viel, das ist viel zu schwer für mich. Ich sagte, wie soll ich dich denn abholen? Du hast ja das Auto. Ich sage, oh scheiße, ja. Naja und dann habe ich das alles auf zwei Tüten aufgeteilt und dann ging das auch ganz gut. Aber danach war ich platt wie eine Flunder. Also wir fangen direkt auch an. Ne, mit dem niedlichsten Teil des MMM. Wir machen mal zuerst die hier. Also, das ist so eine Badewannenmatte in Türkis. In der Farbe ist auch unser Badezimmer und der hat halt ganz viele Noppis. In der Farbe, die Farbe ist halt Neuberg Primark, sonst hatten sie die immer in durchsichtig oder in braun. Und wo ich die in Türkis gesehen habe, habe ich gesagt, alles klar, muss mit. So, ich gucke mal schnell, wie viel das gekostet hat. 8 Euro hat es gekostet. Diese schöne Matte. Ja, schöne Farbe gefällt mir, weil mein Freund hat gesagt, nicht dass du ausrutscht. Also er hat Angst um mich und weil wir haben halt nur eine Badewanne und müssen die halt quasi als Dusche mit benutzen und da halt Angst, wenn ich dann halt hochschwanger bin und da immer reinkrabbeln muss, dass ich dann halt irgendwann ausrutsche. Gekauft und da freue ich mich drüber. Dann haben wir dann nochmal bei Primark diese Matte gekauft, auch fürs Badezimmer. Die ist halt jetzt hier mit so einem Gummi und hier ganz, ganz flauschig. Die ist so gestreift. Auch in so einem, so einem, ja, leicht Mint. Passt ganz gut auch ins Badezimmer. Ist super flauschig. Davon habe ich jetzt drei. Ich habe jetzt eine nochmal nachgekauft. Ja, ich mag es halt flauschig. Passt ganz gut. Dann habe ich diese Botte hier gekauft. Das sind Kerzen in so einem Glas. Ist eine Duftkerze. Kaschmir Duft. Hat 4 Euro gekostet. Davon habe ich zwei Stück. Die eine brennt hier schon. Tada. Und die riecht. Ich habe eine Lieblingskerze. Die von Brise Jasmin Sandelholz. Und ich finde, die riecht sehr, sehr ähnlich danach. Ist halt größer und kostet halt weniger, weil so eine Brise Sandelholz kostet, glaube ich, 5 Euro. Und die kannst echt nur zwei Abende anzünden. Und dann ist die von Brise halt schon leer gebrannt. Das ist halt immer ärgerlich. Und da bleibt halt auch immer noch ein Rest drin. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, ungelogen 20 Gläser von Brise Sandelholz Jasmin. Und ich will die halt alle mal quasi zusammenkippen. Bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Ich habe auch schon Dochte gekauft und so. Aber jetzt habe ich ja die. Und ja, freue ich mich ganz dolle. Echt schöner Duft. Dann. Ja, jetzt kommen wir quasi schon. Nein, kommen wir noch nicht. Ganz zum Schluss. Ist das Beste? Kommt zum Schluss. Dann habe ich mir diese Shucks gekauft in schwarz. Die sind auch schon benutzt. Die sind innen drin gefüttert. Hatte ich gestern auch im Herbstmarkt an. Ja, ganz nett. Zum sportlichen Outfit passt ganz gut. Dann habe ich mir die gleichen nochmal im Braun gekauft. Ich habe eigentlich nichts im Braun. Außer eine beige Handtasche. Aber mal gucken. Die sind halt auch gefüttert. Haben 11 Euro gekostet jeweils. Ich wollte diese in Grau haben. So wie diese Schuhe. Aber die hatten sie nicht mehr in 39. Ne, nicht so schlimm. Jetzt habe ich sie braun und schwarz. Ja, das dritte Paar Schuhe sind halt diese hier. Das sind halt ja, normale diese Primark Turnschuhe. Die haben 3 Euro gekostet. Hab ich anprobiert. Sieht ganz nett aus. Auch zum sportlichen Outfit. Ähm Ja, alle Schuhgröße 39. Falls es mich interessiert hat. So ähm Dann kommen wir quasi zum Eulen-Part. Dann habe ich diese Flasche gesehen. Da sind halt ganz viele Eulen drauf. ist halt in Lila. In Lila ist meine Küche quasi. Hat 3 Euro gekostet. Ist aus Plastik. Und hat diesen ne, diesen Zielverschluss quasi. Steht überall ach ne, steht gar nicht. Weil ich hab mir die gekauft, weil ich immer wenn ich mit meinen Eltern in der Stadt bin hab ich immer Durst. Und ich habe keine Lust mir ständig da was kaufen zu müssen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mal an diese Flasche denke. Mal gucken, ob's klappt. Also wie gesagt, 3 Euro hat die gekostet. Ganz viele Eulen drauf. Geil. Dann im gleichen Design habe ich mir ähm eine Tasse gekauft. Die ist noch eingepackt. packe ich jetzt aus. Hat 2 Euro gekostet. Auch in Lila. Eine ganz schön große Tasse finde ich. Ähm ja, ganz witzige Eulen halt drauf, ne. Verschiedene. Und passt halt zu der Flasche. Aber das ist halt Plastik und das ist halt Keramik, glaube ich. Hat 2 Euro gekostet. Das habe ich glaube ich schon gesagt. Dann wie gesagt, meine Küche ist Lila und ich stehe jetzt in letzter Zeit auf Eulen. Und dann passt das natürlich, diese Geschirr-Tücher super dazu. Da sind halt auch Eulen drauf. Ist halt in Lila ähm gepunktet und kariert. Ja. Finde ganz niedlich. Da sind auch noch so ein paar Blumen mit drauf. Ähm hier auch mit so einer Schlaufe zum Aufhängen. Hat ein Geschirr-Tuch 1,50 Euro gekostet. Haben die gleich 2 Stück mitgenommen. Also gab es auch nur das Muster. Dann das niedlichste Teil. Das ist quasi das für das Kinderzimmer oder auch für die Mami. Ähm weil das Kinderzimmer ähm wird quasi auch ein bisschen so Eulen mäßig. Die Tapete ist in Eulenoptik aber dazu kommen wir ja irgendwie ganz zum Schluss. Wenn ich euch das Kinderzimmer zeige habe ich diese Wärmflasche gekauft. Ist die nicht niedlich. Ich finde die so süß. Ich finde die so Zucker. So ganz flauschi. Eine ganz schlicht gehalten aber irgendwie total knuffig. Die kann man hier dann halt auch an der Schlaufe aufhängen. Und oh super flauschig. Die hat auch so ja so wie wie kleine Rosen sieht das aus. Dieses Fell quasi. Oder diese ja diese Federn von der Eule. Eulen haben ja Federn. Ähm hat 6 Euro gekostet und die Muster einfach mit. Total knuffig. Da können die Bauchschmerzen ruhig kommen. So dann das Leid ist in der Wäsche war ich nochmal kurz bei H&M weil ich brauchte eine neue Schwangerschaftshose. Ich hatte eine in Jeansoptik also eine Jeans halt aber die war mir halt zu groß und mein Freund hat gesagt von hinten ist mein Hintern nicht ausgefüllt und das schlabberte alles und das sah halt nicht so toll aus und auch diese der Knopf quasi dieser angedeutete Knopf der guckte so weit raus und wenn du ein Pullover drüber hattest haben wir den immer gesehen das war halt irgendwie alles nicht so toll ich schätze mal Ende der Schwangerschaft passe ich da rein und ja wie gesagt musste eine neue Hose her und da habe ich mich für eine Leggings entschieden von von H&M eine ganz normale schwarze mit Bauchband halt schön bequem und dazu habe ich dann weil ich habe eigentlich eine Winterlegings gesucht die gefüttert ist bei H&M hatten sie irgendwie nicht habe ich jedenfalls nicht gefunden und dann habe ich noch eine schwarze dicke Strumpfhose mitgenommen ähm ist halt beides gerade in der Wäsche halt auch mit Bauchband beides ist halt alles aus der Mama Abteilung ja da bin ich eigentlich ganz gut gewidmet und heute war wir bei Real und dann habe ich Thermolegings gesehen und da habe ich mir gleich zwei Stück mitgenommen eine hat 5,99 Euro gekostet bei Real ähm und eine in Lila mal gucken ob ich so mutig bin das seht ihr wahrscheinlich gar nicht sieht man das wenn ich vorhin mein Oberteil halte nebenbei Lila und einmal in Schwarz habe ich mir natürlich viele Nummern größer gekauft denn 40 bis 42 ähm das ist halt alles ein bisschen lockerer sind halt keine Schwangerschafts-Leggings aber ich probiere es halt aus wenn nicht verkaufe ich es halt oder was weiß ich schicke es meiner Mama oder so mal gucken ja das war es eigentlich schon das war so der ähm der Einkauf den ich halt in den letzten Tagen hatte fehlt noch was ne ich glaube das war es ähm ja ich war halt total in Shoppinglaune und das war mein Ausbeute ähm ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video ciao ciao